Tesla Edition Ladeklappe öffnen Bestimmt 30 Minuten spart ihr aufs Jahr gerechnet, wenn ihr die Ladeklappe auf diesem Weg öffnet. Viele Tesla-Fahrer klicken sich mühsam durch das ganze Menü, um an die Ladeklappe zu kommen. Dabei ist es doch so einfach. Ich zeige es euch. Seid ihr im Parkmode? Nehmt den Fuß von der Bremse. Klickt auf Fahrzeug, auf Ladeanschluss. Und schon ist sie offen. Wenn ihr schon ausgestiegen seid, funktioniert das übrigens auch mit langem Drücken auf den Kofferrand des Schlüssels. Gebt mir ein Like. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.